Hallo liebe Sean-David-TV-Fans, es ist offiziell, wir gehen auf kleine Mini-Live-Tour. Und zwar im November diesen Jahres 2024 könnt ihr uns sehen und zwar in Hamburg und in Düsseldorf. Mit dabei sind natürlich Nizar, Daniel Schröckert, meine Wenigkeit und vielleicht die einen oder anderen aus unserem Team. Wer weiß, wer weiß. Tickets könnt ihr euch sichern unter legendsofcinema.com. Seid dabei, wenn wir live rumnerden für fast zwei Stunden. Also nicht verpassen, Tickets sichern auf legendsofcinema.com. Genauso war das. Bis bald. Hallo ihr lieben Leute da draußen, herzlich willkommen zurück zu Sean-David-TV. Heute mit dem lieben Manu. Moin zusammen. Und ja, mit meiner Wenigkeit und mit einer Folge, wo ich mich schon seit sehr langer Zeit darauf freue. Denn heute haben wir das Vergnügen, wir sind heute nicht in der Filmwelt unterwegs, sondern wir gehen eher in den Bereich Serien slash Sitcoms. Wo wir ja in den 90er und 80er Jahren ja gesegnet waren mit einer ganzen Palette von guten, herausstechenden Serien. Nenn mir drei auf Knopfdruck. Seinfeld, Brazier, Friends. Ja, ist gut. Richtig. Also das sind nur drei, ich kann auch mehr. Home Improvement, also hör mal, wer der hämmert. Eine schrecklich nette Familie, alle unter einem Dach, Full House. Stimmt, krass. Full House war auch Sitcom, ja, 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 richtig. Ja, 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 ja. Ja, King of Queens natürlich. Ja. Heute geht es um King of Queens. Aus dem Jahre, beziehungsweise von 1998 bis 2007. So sieht's aus, ja. Premiere bei uns in Deutschland, gefeiert, ich glaube im Jahre 2001 auf RTL 2, bevor es dann irgendwann so eine ganz, ganz krasse Kabel-1-Serie wurde für 100 Jahre. Ja, die rauf und runter lief. Ja. Aber ich erinnere mich noch, das hat ein bisschen gedauert, bis die rüber kamen. Mhm. Und dann hatte die aber auch in Deutschland einen ziemlichen Impact. Ja, kannst du dich noch dran erinnern, wie so die ersten Berührungspunkte mit dieser Sendung war? Also war das etwas, was du von Tag 1 aufgenommen hast oder war das eher so Mund-zu-Mund-Propaganda von wegen, ja, guck mal, dieses King of Queens-Ding da? Ich glaube, es ging relativ schnell. Also vielleicht habe ich nicht die erste Folge gesehen, aber dann haben ein paar Leute sich das angeguckt. Das war so die neue Serie, die neue Sitcom. Und dann, ey, das ist ganz lustig. Und ich meine, damals, ne, man hatte nicht die Möglichkeiten wie heute. Mhm. Stichwort Streaming und so weiter. Also man war jetzt nicht so zugeschissen. Man konnte eine Filme, hat man hauptsächlich aus der Videothek bekommen und so. Und dann, da war Fernseh oder halt vor allem dieses, ja, Fernsehprogramm, ne, da war man ein bisschen noch drauf angewiesen. Habe ich mir natürlich reingezogen und mich aber auch sehr schnell in die Serie verliebt. Fand ich cool. Ich eifere ja auch körperlich Dark Heaven nach. Du bist eins zu eins wie er. Also manchmal denke ich so, du sitzt, er sitzt neben mir. Ja. Bei mir war es Mund-zu-Mund-Propaganda. Bedeutet, ich habe es, ich will jetzt nicht sagen spät entdeckt, aber es lief bestimmt schon ein paar Monate, bevor ich drauf gekommen bin, weil es zu einer Zeit kam, wo ich dann schon angefangen habe, so Kasaten und andere Portale, mir Ami-Sachen zu organisieren. Und dann auf einmal höre ich aus jeder Ecke, ja, du musst King of Queens gucken, du musst King of Queens gucken, oh, das ist so lustig, oh, das ist so gut. Und dann habe ich dem mal nachgegeben und es war für mich eine Offenbarung, weil die Art von Humor war nochmal anders als das, was ich aus den ganzen anderen Sitcoms kannte. Also ich war zu der Zeit immer noch ein sehr, sehr großer Fan von Friends logischerweise, was ich bis heute noch bin. Ist eine andere Art von Comedy. Dann habe ich Al Bundy gerne geguckt, auch andere Art von Comedy. So und dann King of Queens, siehst du dann auch ein Ensemble, was jetzt nicht nur von Doug Heffernan lebt, aber natürlich dann schon, ja, es ist quasi so eine Beziehungskomedy mit Physical Comedy, was man in der Sitcom jetzt auch nicht so häufig gesehen hat. Genau, es ist schon sehr nah am echten Leben, sag ich mal. Also das basiert alles auf echten Konflikten, seien es freundschaftlich oder eben beziehungstechnisch, die typischen Sachen, die im Eheleben dann mal aufkommen oder in langjährigen Beziehungen aufkommen. Die haben dann auch so Probleme wie, weiß ich nicht, Hypothek bezahlen und so, oder sich das nicht leisten können oder halt der neue Fernseher, der kommt und so weiter und so fort. Und gemischt eben mit, also wenn ich an Physical Comedy und Serien denke, ist bei mir halt erstmal Kramer von Seinfeld, der das auch wirklich exzessiv ausgelebt hat. Bei einer schrechende Familie kam das auch hin und wieder mal vor, dass da irgendeine Puppe im Hintergrund runterfiel. Ja, ja, genau, vom Dach so runter. Genau, da war das auch so, aber nicht so Comic- oder Cartoon-esk, wie es halt Doug Heffernan gemacht hat, der wirklich Peter Griffin, Homer Simpson und alles in einer Person quasi ist. Worüber handelt denn King of Queens? Ja, ein Ehepaar, Doug und Carrie, Doug Heffernan, gespielt von Kevin James, der damit auch den großen Durchbruch hatte. Beziehungsweise müssen wir noch dazu sagen, es gab eine Serie, Alle lieben Raymond, Everybody Loves Raymond mit Ray Romano, das ist ein Stand-up-Comedian, gerade in New York ist er viel unterwegs. Und Doug Heffernan kam davor und das ist ein Spin-off dieser Serie. Und die leben in Queens, also er mit seiner Frau Carrie, gespielt von Lea Remini. Carrie! Genau. Es gibt keinen Horrorfilm, der Doug heißt, aber es gibt Carrie! Eine kleine Szene, an die ich mich immer gerne erinnere. Und ja, die leben in ihrem Häuschen da in Queens. Und er ist IPS-Fahrer, also Paket-Ausliefer-Service, der nicht zu verwechseln ist mit einem bekannten Ausliefer-Service, also FedEx. Und sie ist zumindest am Anfang noch irgendwie Sekretärin in einer Anwaltskanzlei. Aber eines Tages ist es soweit, dass ihr Vater, Carries Vater, gespielt von dem großartigen Rest in Power Jerry Stiller, dass er sein Haus abfackelt. Also er ist dann Witwer, verliert erstmal seine Frau, verliert dann sein Haus. Und ja, weil die beiden so lieb sind, darf er dann in dem Keller unterkommen, was eigentlich die Man Cave sein sollte für Doug. Wir haben alle mitgelitten. Ja, auf jeden Fall. Mit dem großen Fernseher damals. Ist ja nicht wie heute, hast du den Flachbildschirm schnell hochgetragen und so. Da einfach brauchst du vier, fünf Leute, um einen Riesenfernseher, der ja auch nochmal so tief ist. Ja. Da die Treppe runter und hoch zu bekommen. Ja, und dann geht es eigentlich um deren Alltag. Es geht um den Job, weil Doug hat ja noch einen besten Freund Deacon, mit dem er auf der Arbeit da ist. Dann familiäre Sachen, familiäre Problemchen. Ja, das ist so. So die typischen Sitcom-Sachen, Sitcom-Themen. Und natürlich immer so mit diesem, wenn man eigentlich von vornherein ehrlich und offen miteinander kommunizieren würde, gäbe es diese ganzen Problemchen wahrscheinlich nicht. Aber so bildet sich seit den frühen Griechen ja schon eine griechische Tragödie und so. Also so bilden sich halt Dramen und eben Komödien. Und das findet hier ein ganz gutes, wie soll man sagen, so ein Nenner. Wir haben ja jetzt gerade schon über Doug Heffernan slash Kevin James gesprochen, der zu der Zeit jetzt noch kein bekannter oder richtig bekannter Schauspieler war, der zwar auch schon Comedy-Erfahrung hatte, aber jetzt wirklich nicht der Allgemeinheit groß bekannt war, der, wie du auch schon gesagt hast, mit dieser Sendung wirklich seinen Durchbruch geschafft hat, der danach auch noch diverse Sendungen gemacht hat, wo er, auch der Hauptdarsteller war, aber auch eine solide Filmkarriere hingelegt hat, wo sehr, sehr viel auch mit Adam Sandler zu tun hat, muss man dazu sagen, weil die sich halt auch so lieben. Das sind Freunde, ja. Die sind einfach Best Buddies gefühlt. So, und da gibt es ja den Film Pixels zum Beispiel, dann gibt es hier Chuck und Larry und was es da nicht alles noch gegeben hat. Also, hier kommt es The Boom, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt, da wo er MMA-Fighter wird. Ah, okay, ja, habe ich aber nicht gesehen. Okay. Cow for the Cop auch noch. Cow for the Cop, genau, also viele Komödien, der Zoo-Wärter oder so gab es auch noch. Also, viele Komödien, die auch über 100 Millionen Dollar eingespielt haben, also, und die Basis war wirklich hier King of Queens, weil es einfach gezeigt hat, dass er eine sehr, sehr, sehr schöne Art von Comedy hat. Also, auch trockener Humor, Situationskomik, Physical. Comedy etc. Und ich glaube, das Beste, was er je gemacht hat, hat er wirklich alles in dieser Sendung halt rausgehauen. Ja, der ist halt sehr ironisch und sarkastisch. Ja. Etwas, was bei mir natürlich auf fruchtbaren, was bei mir natürlich offene Türen einrennt und auf fruchtbaren Boden fällt. Lieb ich. Und aber gleichzeitig dann, er ist halt auch, also die beiden zusammen sind halt auch so niedlich und süß und das ist eben so dieses Alltägliche. Bis zur Staffel 2, ja. Ja, okay. Sie sind halt auch irgendwie so ein Kuschelpärchen, auch wenn sie, also Carrie, schon eher immer so ein bisschen der Bad Cop ist. Und auch die Hosen anhat? Ja. Das ist aber in vielen Beziehungen so. Ach, wirklich? Ja, in unserer Beziehung auch. Dass ich die Hosen anhab, ja, das kann gut sein. Ja, du hast eine sehr interessante Sache auf jeden Fall gesagt, von wegen, dass die beiden könnten eigentlich voll das schöne Team sein, wenn die nicht so kacke zueinander sind, was ich ja über die Staffeln halt immer mehr und mehr und mehr, es wird ja immer giftiger und giftiger und giftiger. Das ist die Sache und man könnte sich auch manchmal fragen, so haben die denn gar nichts gemeinsam? Ja, aber was das auch wieder so erklärenswert macht, ist, es ist halt auch wie in gewissen Beziehungen halt so, über die Jahre sammelt sich halt auch eine ganze Menge Ballast an und das merkst du halt bei denen halt auch. Ja, natürlich ist es eine Sitcom, das alles etwas erhöht, also die nehmen ja wirklich alle Probleme aus allen Beziehungen, die es so gibt und packen das in dieses eine Pärchen. Das wird natürlich nie so sein, aber es ist ja nun mal, es geht ja darum, uns lachen zu machen in gewissen Situationen und das schafft halt diese Serie, weil sie so sympathisch ist, also in so vielen Arten und Weisen, weil da sind ja noch so viele Figuren dabei und ich würde mal sagen, also auch wenn, also für Lea Remini war es auch so die erste große Rolle. Die war früher sogar noch bei Friends zu sehen in kleinen, also die hatte schon, so Nebenrollen gab es ja. Nebenrollen, genau, die hatte schon diverse Nebenrollen-Erfahrungen, wie gesagt bei Friends, da hat sie mal ein Kind gekriegt in der Sendung, wo Joey ihr quasi im Krankenhaus zur Seite gestanden hat, anstatt dem echten Papa etc. Also sie war schon im TV paar Mal gesehen, aber jetzt wirklich eine große Rolle war das das Erste. Genau und bis heute sagt, sie hat ja ein Buch geschrieben, da rechnet, wenn man rechnet, weiß ich nicht, ich habe das Buch nicht gelesen, aber es geht um ihre Karriere im Fernsehen und auch eben über Scientology und da hat sie aber auch gesagt, dass sie zum Beispiel wirklich eine super Zeit hatte bei King of Queens und dass sie das sehr gerne gemacht hat, was aber auch an Kevin James lag, dass er, dass es nicht nur cool war mit ihm zu spielen und dass es Spaß gemacht hat, sondern dass er sich eben auch so als Leading Man in dieser Sitcom so eingesetzt hat für sie, dass sie auch coole, lustige Lines mal bekommt und so, ne, also auch mehr Gags und dass das nicht alles eben immer nur der Duck ist und sondern dass sie auch echt ein paar coole Sprüche hat, weil sie hat ein paar geile Comebacks, also wenn, äh, ja, viele. Also eins fällt mir jetzt sofort ein, das ist nämlich, Duck bekommt einen Weihnachtsbonus, glaube ich, von 3000 Dollar und sie sagt dann so, was soll man damit machen und er so, ich sag's dir, Doppel-D-Implantate und sie steht dann, ne, okay, alle lachen erstmal und so, ne, und dann steht sie vor und meint so, ach nee, ich pack ihn dann an und meint so, nee, ich mag sie so, wie sie sind. Fand ich auch sehr gut, weil natürlich von ihm auch super unverschämt ist, sowas zu sagen, ne, weil, sind wir mal ehrlich, ne, so sie ist ja schon dann eher so die attraktive Frau, ne. Ganz ehrlich, ich habe meine damalige Freundin gefragt, ob sie Duckhaven einen sexy findet und sie sagte, ja, das ist, weil er so ist, also du weißt ja, das Herz einer Frau kann man auch über Humor und die Art gewinnen und das, das macht er auch, aber ja, klar, von der Optik her ist sie vor allem am Anfang. Ist ja auch ein Thema in der Serie selbst, ne, dass er irgendwann mal, äh, heißt es so, er ist halt der nette Typ und er findet das halt voll schlimm, aber sie erklärt ihm dann auch so, ja, aber Frauen stehen auf den netten Typ, also auch, ne, nicht unbedingt immer, aber er ist halt sehr sympathisch und vor allem ist er halt eine treue Seele, auch wenn er häufig, äh, ja, wie gesagt, weil die häufig sich nicht die Wahrheit sagen oder direkt sagen, ich hab da keinen Bock drauf und dann irgendwelche Dinger versuchen zu drehen. Ja, vor allem er. Ja, ja, immer irgendwie sich rauswindet und dann irgendwie im besten Fall immer noch so seine Freunde, Richie zum Beispiel, ähm, Larry Romano spielt ihn, glaube ich, ne, oder halt auch Spence, Patton Oswalt, ne. Ja, da müssen wir jetzt, ey, nicht einfach so jetzt hier so Randbewegungen, da reden wir gleich intensiv drüber, ne. Ne, aber auch, dass er seine Freunde da auch immer mit reinzieht, äh, meistens oder sehr gerne macht er das zumindest. Ja, die auch irgendwann keinen Bock mehr haben, Carrie anzulügen, weil alle Angst haben vor Carrie irgendwann. Ja, genau. Ja. Irgendwo unter dem ganzen Make-up und so ist bestimmt auch ne hübsche Frau. Ja, ja, genau. Er hat auch gesagt, ja, 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 geil. Äh, das kann sein, ja, und er ist dann halt so der, der tollpatschige, lustige, dicke, aber, ähm, hat das, macht das auf so ne sympathische Art und Weise, dass ich damals meinen Spaß mit der Serie hatte, aber ihn heute auch noch habe, denn ich hab mir natürlich jetzt im Vorfeld mal wieder so einige Folgen reingezogen und ich hatte meine helle Freude. Meine Frau kannte die Serie noch nicht, also sie wusste, dass die existiert hat, die aber nicht geguckt. Und es ist auch Feuer und Flamme, ähm, und es liegt aber nicht nur oder nicht ausschließlich und vorerst an Duck und Carrie. Nein, die Sendung ist gefüllt mit unglaublich vielen guten Charakteren, die alle ihren Mehrwert bringen. Ja, aber es gibt einen, der da ganz besonders heraussteht. Kommen wir zu Jerry Stiller. Genau. Es ist Arthur, 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 Arthur. Ja, er ist unfassbar. Ich glaube, ich habe selten jemanden so sehr gehasst für seine Verhaltensmuster in einer Serie und ihn trotzdem so geliebt. Er ist dadurch, dass er der perfekte, total bizarre alte Kauz ist, der jeglicher Logik widerspricht, dann auch noch so einen riesen Maul hat, dann aber auch diese ganzen kleinen Feinheiten, wie zum Beispiel, das, was ich zum Beispiel auch an ihm so interessant fand, wenn er so ganz normal redet und dann aus dem Nichts so laut wird, so voll dieses unberechenbar cholerische. Und das ist das Ding. Und das basiert, ähm, also Seinfeld-Kenner wissen Bescheid. Er hat ja bei Seinfeld Georges Vater gespielt, äh, den Frank Costanza. Und diese Rolle, Arthur, ist halt teilweise eins zu eins Frank Costanza, weil der da auch immer so, äh, aus dem Nichts so impulsiv losgebrüllt hat und so. Und, äh, also der Charakter ist halt super nah dran. Mhm. Und das ist halt so geil, äh, weil Arthur ist wirklich so der, ach, nicht mal heimliche, aber er ist schon eigentlich der Star dieser Show irgendwie. Mhm. Finde ich auch, du hast es gesagt, alter komischer Kauz trifft es, glaube ich, perfekt. Ähm, das Schöne bei ihm ist aber auch, wir können ihm nicht wirklich böse sein, weil er eigentlich, weil er ein gutes Herz hat. Genau. Und er es auch nie böse meint. Der, der Kern ist sauber, aber sein Kopf nicht. Ey, der spielt halt nicht immer mit. So, und, und das zum Beispiel ist auch eine große Stärke der Sendung, dass verschiedene Charaktere in Kombinationen richtig, richtig gut funktionieren. Denn zum Beispiel ein Arthur funktioniert für mich hervorragend gut mit Patton Oswalt, mit Spence. Oh ja. Spence ist nämlich, und ich hab da schon so oft drüber nachgedacht, von wegen, wer ist so mein Lieblings-Nebencharakter? Und es gibt einfach zu viele, es wechselt halt oft. Ja. Aber Spence zum Beispiel, jetzt, bevor wir jetzt alleine auf ihn zu sprechen kommen, er in Kombination mit Arthur, finde ich halt auch total geil, weil Arthur ihn halt wie so einen kleinen Dummjungen manchmal, ähm, behandelt. Und Spence aber dann irgendwann dann doch sich revanchiert. Ich weiß nicht, ob du dich an die Szenen erinnerst, aber da gibt's zum Beispiel, das mochte ich halt gerne, wo, wo, ähm, Spence am U-Bahn-Schalter arbeitet, in diesem Kabuff da. Und er ist dafür zuständig, die Leute durch die Schranke durchzulassen, damit sie, ja, damit sie quasi gegen Geld dann in die U-Bahn einsteigen können. Und Arthur wollte ja irgendwann, äh, dass Spence es halt umsonst macht. So, und Spence hat's am Anfang mit sich machen lassen, hat dann aber irgendwann dann gesagt, von wegen, nee, jetzt nicht, und hat ihn auflaufen lassen. Und hat dann nicht sogar Arthur am Ende sich revanchiert und ihm dann in seinen, in den kleinen Schacht, ähm, in seinem Kabuff dann so dieses Schlauchboot reingetan, das dann auf... Ey, was, wie gut ist das denn? Das ist dann so eine Szene am Ende, weil, das muss ich auch sagen, die Serie hat so geile Momentaufnahmen von Beziehungen, die so im Prolog und im Epilog stattfinden. Und das ist so eine Szene kurz vor Abspann quasi. Das ist so geil. Folge eigentlich vorbei, und er steckt ihm das rein, zieht auf und so. Und er so, äh, äh, aber Patton Oswalt ist halt auch einfach ein geiler Schauspieler. Begnadeter. Ja, und hier hat er auch so, ähm, er erfüllt halt diese Rolle des Losers, der noch bei seiner Mami wohnt, halt wirklich perfekt. Ähm, viele Parallelen zu Arthur. Mit seiner Tochter, nee, aber ungewollt. Die ergänzen sich gut. Später hat's ja Holly übernommen, ne, dann waren immer Holly und Arthur. Genau, genau, genau. Aber ich muss sagen, das hat mir auch dann nicht so gut gefallen, wie es mit Spence tatsächlich war. Nein, weil, also, Holly, auch ein sehr, sehr cooler Nebencharakter, aber Patton Oswalt war halt, also, das war wie auf den Leib geschrieben für ihn, das zu spielen. So. Ihn fand ich nur noch stärker mit jemand anderem. Also, Patton Oswalt fand ich mit, äh, Gary Valentine, glaube ich, wie ist er? Danny. Ah, okay, ja. Spence, ja. Spence und Danny, vor allem als sie angefangen haben zusammen zu wohnen und so weiter, fand ich am besten. Kennst du noch die Folge, wo, boah, ist das schlimm, sorry, Leute. Äh, wo die beiden... Aber das ist geil, wenn man halt über diese ganzen Serien spricht, wenn diese ganzen Szenen kommen wieder rein, in den Kopf und vor's innere Auge, und man hat so Spaß damit, was ist einfach geil. Kennst du noch die Folge, wo die beiden, äh, so, ähm, da geht's um irgendeine Entscheidung und die wollen das dann drum ringen und der, und dann bauen die sich so im Wohnzimmer so ein Ring auf und Ringer-Outfit und so weiter und ringen halt wirklich und war da nicht entweder Duck oder Deacon, irgendjemand sollte Schiedsrichter sein und geht dann halt einfach und die machen halt weiter und so und es sah einfach so ultrapeinlich aus. Also, die beiden, find ich, sind das goldene Geheimdu in der Sendung. Also, die Kombi ist meine absolute Lieblingskombi von zwei Charakteren zusammen. Ja, das kann ich verstehen. Also, die, die haben schon viel, äh, viel getragen, abgesehen, ich mein, Doug und Kerry ist so die Basis auf jeden Fall, auf dem das alles basiert. Äh, Gary Valentine übrigens, ähm, äh, wie heißt es, äh, nicht Doug, sondern Kevin James' Bruder und spielt in der Serie den Cousin. Und zwar immer den Cousin, den Doug nicht so gerne mag. Was, also, da, das tut einem auch so im Herzen weh, aber man kennt das ja auch, dass man in der Familie, so, ich hab auch einen Cousin von mir, früher immer so, weil der halt jünger war und so, man hat immer so ein bisschen getriezt, weil er halt der jüngste ist und ich froh war, dass ich nicht mehr der jüngste war. Ja, ja. Sonst hab ich das immer alles abbekommen. Aber man liebt den ja trotzdem irgendwie, ne? Und Doug, äh, weiß ich nicht, gesteht sich das selbst leider nicht so häufig zu. Er ist aber, Danny ist aber auch ein schwieriger Kandidat, ne? Ja, das ist nämlich die Sache, ja, genau. Die sind alle nicht einfach, sind alle irgendwie, der normal... Das ist eigentlich liebenswert, aber dann machen die immer wieder irgendwas Blödes, wo man sagt so, ey, komm, jetzt hab ich dir eine Chance gegeben, wieso fällt's mir so in den Rücken? Der normalste von denen ist eigentlich Deacon. Ja, auf jeden Fall. Ja? Also Deacon ist der Einzige, wo man der Meinung ist von wegen, okay, ja, dich kann ich nachvollziehen. Du bist halt... Er hat auch eigentlich nicht so viele Comedy-Elemente. Trotzdem finde ich ihn total wichtig. Weil der der Gegenpol ist, er ist ja der ruhige. Genau, genau. Der ist ultra wichtig für diese Gesamtkonstellation von den Jungs. Ja. Dieser eine ruhige, klar denkende, der halt auch realisiert von wegen, so von wegen, ey, was ist denn mit dir los, du Otto und so weiter. So und... Die moralische Instanz und halt der ruhige Gegenpol. Ja. Er macht ja nie Blödsinn. Nein, nie, aber er wird halt manchmal in Mist reingezogen von Duck oder den anderen Jungs. Natürlich, ne, so er übertreibt eigentlich nicht und er ist die Vernunft halt in Person. Es gibt hier und da natürlich auch mal Folgen, das ist auch so geil, wenn er, Arthur und ich glaub Spence, wo die unterwegs sind. Ja, ja. Mit dem Baby, ist das, glaub ich. Ja. Vielleicht schmeiß ich ein bisschen was zusammen. Auf jeden Fall sind die da irgendwie unterwegs und das ist auch total geil. Und dann ist er, dann ist er auch mal ein bisschen frech, sag ich mal. Aber generell ist er schon die Stimme der Vernunft. Ja. Er kriegt ja später, er hat ja später Kinder, ne? Einer ist der Kirby. Genau. Ja. Und, und, da, da, das, das war einer meiner Lieblingsfolgen damit. Da ging's ja darum, dass, dass Kirby zu Karneval irgendwie als Powerpuff Girl gehen wollte oder so. So, so und die gehen die ganze Zeit so von wegen, boah, willst du nicht hier, hier, hier Powerranger oder so sein? Nee, ich will Powerpuff Girl sein und so weiter. Und du, du siehst halt so, du siehst den Vater und denkst so von wegen, boah, ich, ich fühle das und so und so. Aber durch seine trockene, sehr humane, normale Art ist er halt auch irgendwie lustig. Also, ich hab auch echt Momente, wo ich echt über ihn lache, eben, weil er halt so normalo ist. Ja, eben, weil er auch so, ähm, trockene Sachen halt bringt, ne? Und, äh, ja, weil Duck halt immer irgendwie was ist. Duck bekommt irgendwann mal ein Kompliment von einer, äh, von einer Kellnerin. Ja, 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 ja. Und so, ne? Und der Deacon sagt dann so von wegen, so, ja, hey, die hat nach, äh, hat gefragt, so, wie's bei dir aussieht, ne? Ja. Und Duck dreht halt darauf vollkommen durch, ne? Und dann irgendwann ist die ja nicht mehr so cool zu ihm, ähm, und der Deacon fragt auch so, ja, aber was hast du denn erwartet? Also, die hat gefragt, wie's bei dir aussieht, ich bin gesagt, du bist verheiratet, ne? Und dann war das halt für die gegessen, die Sache, ne? Aber Duck hat gedacht, so, der ist jetzt hier, ähm, kann hier ein bisschen flirten, kann sich mal so ein bisschen Bestätigung außerhalb seiner Ehe holen. Ja, aber, ähm, er bringt, also Deacon bringt auch sehr trockene Sprüche. Ich fand ihn sehr großartig in dieser Folge, wenn die, ähm, quasi, äh, Doug und Carrie haben Jubiläum, und dann fahren die weg zu diesem Apfel-Ding. Ja, 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 ja. Und dann kommt dann, ist das Marvin Gay? Äh, weiß nicht. Ja, dieses, ähm, I'm a really drunk, baby. Let's get it on. Äh, let's get it on, genau. Und den Song spielen die ja immer, wenn er und Kelly, also seine Frau, Sex haben und so. Und das ist auch so eine großartige Folge. Und so, wie er auch dann so von wegen, ey, Kai, ich lieb meine Frau. Und dann, und Duck so voll, Mann, hör mal auf, Sex mit deiner Frau zu haben. Okay, genau, so lässt du mich schlecht dastehen. Ich seh jetzt schlecht aus und so. Und dann, und er so, ja, äh, gut, keine Ahnung. Und dann sind die beim Frühstück und sagst so, ich hätt gern hier Rührei, ich hätt gern Bacon. Und Duck so, ja, ja, nehm ich auch, nehm ich auch alles. Und dann nimmt er seine Vitamine. Nein, keine Sexpillen mehr für dich und so. Ach, ich lieb das einfach. Guck mal, wir haben jetzt zwei, vier, sechs geile Charaktere schon aufgezählt. Und das ist jetzt nur das Stammcast, ja? Ja. Tolle Charaktere, die irgendwann auftauchen. Lou Ferrigno, beziehungsweise, äh, Ferrigno. Lou Ferrigno, hab ich immer gesagt, aber, ja, gut. Ähm, kennen wir alle aus Hulk, der, äh, ja, der, 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 der echte Hulk. Und aus Pumping Eye. Ja, der in, auf Englisch halt einen Sprachfehler hat, so, und auch halb taub ist, ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, der wurde für viele Jahre in seinen Filmen auch immer gedobbt. So, ich weiß jetzt nicht, wie es bei King of Queens auf Englisch war, Nee, da hat er normal gesprochen, ne? Genau, Originalsprache. Und, ähm, er spielt ja sich selber. Mhm. Auch wieder so ein... Ja, mit seiner Frau. Mit seiner Frau, genau. Eigentlich total, total krass, dass die einfach so, ja, hier haben wir Hulk einfach mal so als Nachbar und so weiter. Und es funktioniert auch wieder gut. Er ist eigentlich wieder total normaler Typ, aber hat halt auch wieder richtig geile Folgen. Da zum Beispiel, wo er mit Duck trainieren sollte, um Duck fit zu machen. Und Duck besticht ihn ja mit Videospielen, ne? Und drückt ihm halt so eine Konsole in die Hand, weil Lou Ferrigno halt videospielsüchtig ist und so weiter. So, und diese ganzen kleinen Dinger, wo man eigentlich sagen würde von wegen, okay, was jetzt daran so besonders, aber es funktioniert. Weil es so sympathisch ist. Ja, Lou Ferrigno ist auch einfach, das ist ein sympathischer Typ. Ja. Er spielt sich selbst, seine Frau spielt sich selbst, und, ähm, diese kleinen Anspielungen immer auf den Hulk. Ja, ja, genau. Die sind cool, die sind nicht zu offensichtlich. Also, diese Kleider sind schon offensichtlich, aber die sind jetzt ... Nicht on your nose. Die reiten es nicht kaputt. So, dann wäre ab und zu, ne, von wegen so, äh, wirst du ein bisschen grün gerade? Ja, ja, genau, ja. Und das reicht schon, reicht für einen coolen Lacher und so. Und, ähm, der ist einfach cool. Also, das ist einfach, das ist ein cooler Typ. Und auch wirklich einfach, die so in die Serie zu integrieren, so nach dem Motto, der spielt jetzt nicht irgendeine Figur, sondern der spielt einfach ... Einfach sich selber, ja. Ja, total geil. In dem Universum quasi war er auch der Hulk. Richtig, genau, richtig, genau. Das ist total geil. Ja, ja, ja. Oder war er auch Schauspieler, Bodybuilder, alles und so. Ein Charakter, den ich nicht gut fand, und ich hoffe, ihr verzeiht mir, Feuerwehrmann Ritchie. Ja, gut, der ist ja auch nicht so lange, drei Staffeln? Zwei oder drei Staffeln, ja. Ihn fand ich von Anfang an fehl am Platz. Ja, er ist auch wirklich ein bisschen unsympathisch. Ja, er hat, ja. Er hat mich ein bisschen an Joey von Friends so minimal anfangs erinnert, aber ohne ... Ich glaub, die haben's versucht, ein bisschen so zu machen. Ja, aber ohne die sympathische Art. Ja. Und als er weg war und dann durch andere Charaktere aufgefüllt wurde, in Anführungszeichen, war ich sehr, sehr, sehr happy. Also, gibt bestimmt Leute, die ihn gut fanden, aber mich hat er von Anfang an tatsächlich gestört. Es gibt ein paar Folgen mit Ritchie, die cool sind. Also, was heißt cool, ne? Aber die bekommen ja auch noch die Nachbarn irgendwann Tim, gespielt von Bryan Cranston und so, ne? Und die trennen sich ja dann und dann soll er die ja so ein bisschen trösten. Genau. Und fängt eine Affäre mit ihr an. Ich sag jetzt nicht, dass es cool ist, dass er eine Affäre anfängt, aber die Comedy da mit dieser Konstellation, das funktioniert ganz gut, weil aber auch Bryan Cranston noch dabei ist, ne? Und er das versucht irgendwie geheim zu halten. Aber ja, er ist halt so ein bisschen, er ist ein bisschen der asozialere Joey, ein bisschen der schmierigere Joey, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass er irgendwann vielleicht nicht mehr dabei war. Es gab ja eh ein paar Figuren, die irgendwann weg waren, wie die Schwester von Carrie. Am Anfang hat Carrie eine Schwester. Ja. Dann zwei, drei Folgen. Danach wird nie wieder von ihr gesprochen. Ja. Ja, weil die hatten einfach kein Material. Sie konnten ihr nichts zu tun geben. Sie hatten nichts zu tun. Ja, und irgendwann später heißt es, glaube ich, sogar, dass Carrie ein Einzelkind ist. Richtig, genau. Sie ist einfach so unter den Tisch gefallen. Ähnlich ist, glaube ich, mit Ducks Schwester. Am Anfang ist gar keine Rede von ihr. Später kommt sie vor, gespielt von Ricky Lake übrigens. Die hatte also ein Talkshow in den USA. Und dann ist die mal da, also als sie verfügbar war wahrscheinlich. Und dann irgendwann ist sie halt nicht mehr da. Dann ist auch nicht mehr so die Rede von ihr. Oder genau wie Ducks Tante. Die ist am Anfang auch mal dabei. Spielt später auch keine Rolle mehr. Ja, aber das ist bei einer Sitcom ja normal, dass die nicht so konsistent sind, was so die Storyline angeht. Das heißt auch, glaube ich, es variiert auch immer, wie Doug und Carrie sich kennengelernt haben. Richtig, das wechselt, genau. Das ist bei Friends aber genauso. Aber weniger. Ja, aber es gibt das. Auch wie Chandler und David Schwimmer spielt den Ross. Ross. Genau, Ross und Chandler, wie die sich kennengelernt haben, variiert bei Friends auch immer so ein bisschen. Das stimmt, ja. Geburtstage variieren. Aber ganz ehrlich, das macht die Serie nicht schlechter. Ja, ja, ja. Das ist normal, das passiert. Wie heißt Carrie denn eigentlich ursprünglich in der Sendung? Also was ist ihr Geburtsname gewesen, den Arthur verspielt hat? Oh, das ist eine gute Frage. Stimmt. Gebt euch fünf Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Weißt du es? Ich weiß es nicht. Simone. Oh, stimmt. Der hat den verzockt. Paradevater, oder? Ja. Ey, das erinnert mich ein bisschen an eine Familiengeschichte. Jetzt wird es, das sind Sachen, die könnt ihr nicht im Internet nachlesen. Das erfahrt ihr nur hier. Eine meiner Tanten, ich sage jetzt den Namen nicht, aber so die hatten, die hatten Namen. Das ist ein sehr schöner Name, wie ich finde. Aber den hat, glaube ich, irgendwie mein Opa zusammen mit einem Kumpel, da waren die halt so ein bisschen drauf. Ja, ja, die haben gezaubert, wie mein Opa gesagt hat. Die haben so ein bisschen gezaubert. Und dann kamen die irgendwie da drauf und gesagt, ja, lass ihn mal so nennen und so. Und ich glaube, das war wirklich aus einer Schnapslaune heraus. Und das hat nicht immer diese Szene mit Arthur, dass sie den Namen verzockt, hat mich wirklich daran erinnert. Wobei das nochmal eine Etage schlimmer ist, Namen zu verzocken, ne? Ja, ja, würde ich auch sagen, ja, ja. Ja, der gute Arthur. Die Eltern von Duck finde ich total toll. Ja. Du hast einmal die Mutter, diese überbefürsorgende Mutter, die Duck immer noch wie ein kleines Kind behandelt, die man am liebsten noch Butterbrote schmiert und ins Bettchen bringen würde und so weiter, was Duck aber auch mit sich machen lässt. Also er wird gerne bemuttert. Es passt zu seinem Charakter auch total. Ja, weil Carrie es auch wenig macht. Carrie ist jetzt nicht so die Granate in der Küche, ist jetzt auch nicht so diejenige, die jetzt so im Kümmermodus ist. Und dann hast du den Vater Joe, der, ich glaube, Eisenbahn-Hardcore-Fan ist, auch so zu messen geht und so weiter und der auch immer ein bisschen trockener und halt auch schon ein bisschen kauziger ist. Er und Arthur verstehen sich so semi-gut. So, aber die Eltern finde ich da halt auch sehr, sehr, sehr gut. Es ist eine ähnliche Dynamik wie mit, Entschuldigung, Jerry Seinfeld und seinen Eltern aus Seinfeld. Also es gibt immer, ich meine, klar, die werden das Rad nicht neu erfunden haben da, Ende der 90er, aber es sind ähnliche Sachen, die man da wieder sieht. Es gibt so Parallelen zwischen vielen Sitcoms, finde ich. Ja, okay, macht ja auch Sinn. Warum auch nicht, wenn es gut funktioniert. Ich wollte gerade sagen. Also wir haben sehr, sehr viele gute Nebencharaktere, auch über die Jahre. Also die Liste ist ewig lang, deswegen kriegen wir auch gar nicht jetzt hier alles rein. Wenn wir uns jetzt mal so die Staffeldynamik anschauen, also von Anfang bis wohin sich die Sendung halt entwickelt. Also natürlich begleiten wir Doug und Carrie halt wirklich in ihrem Leben. Bedeutet, die Beziehung, auch ihr Leben entwickelt sich weiter. Es passieren neue Lebensabschnitte, die werden älter. Es kommen Themen wie Kinder und so weiter auf den Tisch. Aber es ist auch so, dass deren Beziehung halt immer giftiger und schlechter wird. Ja. Was auch irgendwann echt extremst wird. Also gerade so die letzten Staffeln, da war es echt schon sehr, sehr, sehr hart. Aber ich konnte trotzdem mich darüber lachen, weil es halt dafür immer gesorgt hat, dass Doug sich immer mehr Notlügen einfallen lassen hat und immer mehr Leute in sein Schlamassel mit reingezogen hat. Ja, es wird auch dann immer ein bisschen abstruser. Das gibt es, glaube ich, in der letzten Staffel, das ist so mit diesem Eiswagen und so. Ja. So solche Sachen. Sowieso letzte Staffel, ja, ein bisschen schwierig, weil Serie wurde immer teurer und die Ratings gingen halt so ein bisschen runter. Immer weniger Leute haben es geguckt. Also haben sie gesagt, komm, wir machen noch schnell so eine letzte Staffel. Ja, und das hat man aber auch gemerkt. Man hat voll gemerkt, dass sie es runtergedreht haben. Die war nicht mehr. Das ist für mich die einzige Staffel, die ich wirklich nicht gut finde. Und das Ende fand ich auch sehr, sehr hart. Das ist abrupt. Ja, man merkt so von wegen, okay, Leute, wir haben keine Zeit, jetzt kommt ihr in die Hufen. Genau, dann haben sie auch ein bisschen Drama noch reingebracht, so mit der Adoption und dann irgendwie gehen sie auseinander oder nicht und so. Es war kein schönes und auch kein befriedigendes Ende. Forciert. Ich fand es sehr, sehr forciert. Aber so war es ja tatsächlich auch. Schade, so hat die Serie generell nicht verdient. Immer noch eine schöne Serie, weil man mit einzelnen Folgen immer viel Spaß haben kann. Jetzt bei anderen Sitcoms auch so. Ich finde auch nicht da, dass immer jede Staffel großartig ist. Ich bin ein riesen Seinfeld-Fan, wie man vielleicht schon gehört hat. Aber auch da sind so die letzten beiden Staffeln ohne Larry David. Ist auch nicht jede Folge geil. My eyes are getting weary. My back is getting tight. I'm sitting here in traffic. On the Queensboro Bridge tonight. But I don't care. All I wanna do is cash my check and drive right home to you. Ja, toller Theme-Song. Ja. Das war eh, ey, waren wir in den 80ern und 90ern generell mit Serienintros gesegnet. Und dann halt nochmal die separate Sparte Sitcoms. Ja. Was für tolle Songs hatten wir denn bitte da? Und was für ein toller Song ist das denn bitte jetzt? Der ist super, absolute Ohrwurm. Also den kriegst du auch nicht mehr raus. Und umso überraschter war ich, weil ich das nicht mehr wusste, ich hab die erste Staffel mir nochmal reingezogen, den Song gibt's erst seit der zweiten Staffel. Der kommt in der ersten überhaupt nicht vor. Die erste Staffel hat ein komplett anderes Intro. Da ist immer nur so ein Ding, 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 Ding. Okay, ja, kurz in der Zeit. Dann kommt immer nur so eingeblendet so. Hast du das jetzt auf DVD? Okay, ich hab die DVDs auch hier. Ich dachte und ich bin mir da auch, nee, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass die das einfach nur gekürzt haben für die DVD. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die eine Sitcom ins Rennen geschickt haben, ohne vernünftigen Titelsong. Ohne ikonischen Titelsong. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich war sehr, sehr überrascht, weil ich hatte das nicht mehr so auf dem Schirm. Ich hatte das nicht mehr präsent. Das mag sein, schreibt's gerne in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst. Ich war mir nicht sicher. Also ich hab mir halt nochmal die DVDs reingezogen und da war's nicht drauf. Aber das ist halt einer dieser Songs. Genau, Friends zum Beispiel hat auch so ein Opening. Das überspringt man halt auch nicht. Und man klatscht jedes Mal mit. Und hier singt man halt auch jedes Mal mit, weil's einfach geil ist. Ja, ja. Ganz, ganz, ganz toller Song, der auch schon euch in die richtige Stimmung reinbringt, wenn die erste Minute der Sendung anfängt. Dann ein anderer Aspekt, was für die Sendung auch nochmal spricht. Jetzt hatten wir schon die ganzen guten Charaktere, über die wir gesprochen haben, jetzt die gute Musik. Ich find, das Writing ist auch sehr, sehr, sehr gut. Also die haben die Schreiber, davon lebt halt auch eine Sitcom tatsächlich. Also ihr werdet zum Beispiel, wer eine schrecklich nette Familie kennt und wirklich alle Staffeln da kennt, es gibt zwei Staffeln, die negativ herausstechen. Und das sind zwei Staffeln, wo die Schreiber ausgetauscht worden sind. Und das gibt's bei vielen Sitcoms, wo man den Qualitätsunterschied anhand der Schreiber ausfindig machen kann. Ich finde, gerade was du auch zum Beispiel gesagt hattest mit dem Gag, der dann nochmal am Ende kommt, das hat King of Queens auch immer geil gemacht, dass sie Dinge in die Folge reingebracht haben, wo dann so die Auflösung mit dem Endgag dann noch kommt, so in den letzten 20, 30 Sekunden. Ja. So, und das plus die hohe Qualität oder die hohe Anzahl der Gags und so weiter, dann die Storys dadurch, das ist so relatable, das ist so, so Alltagsdinger sind auch in der Masse, vor allem, wenn du so viele Staffeln hast. Ich finde, das haben, also das ist eine sehr, sehr hohe Qualität bei King of Queens. Es hat ja auch so viele Menschen angesprochen, weil es so viele alltägliche Dinge sind. Also ich erinnere mich, wenn ich an King of Queens denke, gar nicht immer so an die Episode und die Episode und das Thema, es sind eher so Momente zwischen den Figuren oder auch dann zum Beispiel, das ist auch nur so ein kleines Bit, also eigentlich nur so ein kleiner Sketch, das ist, glaube ich, am Anfang einer Folge, wenn die da am Tisch sitzen in der Küche und Pizza essen. Der innere Monolog. Genau, und Doug überlegt so, warte mal, ich habe jetzt so und so viele Stück, also wenn Arthur das noch will und Arthur und der überlegen halt, wer kriegt das letzte Stück Pizza. Und Arthur denkt dann so von wegen, ja, ich sehe schon mal, worauf du hinaus willst. Genau, ja, ja. Und so von wegen, ja, du könntest auch mal eins weniger vertrauen und hin und her und er so, und weiß ich nicht, ne, und Doug bringt sich irgendwie, zählt da so Gründe auf, warum er das verdient hätte, hin und her, und am Ende nimmt einfach Carrie das letzte Stück und so. Es ist geil, aber weil diese Überlegung, das ist ja wirklich eine Sache, die hatte jeder schon mal. Wenn man irgendwie mit Leuten in der Küche sitzt und man denkt so, ah, warte, da ist nur noch ein Muffin da oder irgendwie so ein Zeichen und man denkt so, ah, warte mal, jeder hatte einen so, ne, aber ich würde jetzt gerne noch, solche Sachen, das sind so Kleinigkeiten, aber die kennt halt jeder, die hat jeder schon mal gefühlt, jeder war in diesen Situationen und das kann diese Serie so auf eine humoristische Art und Weise so geil rüberbringen und schafft das halt den Großteil dieser 207 Episoden, sind es glaube ich, neun Staffeln. Er geht mir das Herz auf. Es war so schön, das jetzt nochmal wieder zu gucken und, also ich hab's nicht alle neun Staffeln nochmal geguckt, aber ich werd die jetzt durchballern. Es ist die 90er-Sitcom, die sich am längsten in die 2000er noch gehalten hat, also als die aufgehört haben, war das die letzte 90er-Sitcom, 2007. Auf IMDb hat King of Queens ne 7,3, find ich zu wenig. Ja, klar. So, vor allem, wenn man Sitcoms jetzt im Vergleich zu anderen Sitcoms sieht, also für mich ist es schon eine 8,0, weil es für mich auch hervorragend gealtert ist. Also ich kann sie alle zwei Jahre gucken, hoher Rewatchability-Wert, also man kann es immer und immer wieder gucken, immer und immer wieder lachen, ist auch nicht bei jeder Sitcom so. Deswegen, also bei mir 8,2 sogar, ich find's wirklich so stark tatsächlich. Ja, also würde ich auch sogar noch höher gehen, weil ich hab's damals geguckt, da war ich noch in der Schule, also gerade Abi gemacht und auch in der Beziehung, oder man kannte halt Beziehungen und so und da war's schon lustig, obwohl das ein junges, verheiratetes Pärchen ist und so. Man diese Probleme, aber irgendwie konnte man trotzdem eine Beziehung dazu aufbauen. Konnte man, wie man auf Deutsch sagt, relaten. Ja. Und deswegen jetzt 20 Jahre später, wo man wirklich in dem Alter auch ist. Ja gut, ich bin schon drüber. Also die sollen ja so Anfang 30 sein, da haben wir ja auch schon 10 Jahre drüber. Aber ich bin auch verheiratet mittlerweile und ich mein, ich führe eine ganz andere Ehe. Also wir sind zum Glück nicht so toxisch und wir reden offener und so. Aber trotzdem kennt man diese ganzen Sachen und aus diesem, das war diese große Qualität von Friends auch, dass man viele verschiedene Abschnitte im Leben durchmacht, durchgeht und die auch erlebt. Und King of Queens macht das auch. Also es wird mindestens auf eine 8,5 gehen. Ja, schön. Von 10. Ja, also es gibt ein paar Sitcoms, die mir dann irgendwie mehr gefallen. Aber gut, ich sag mal so, Seinfeld zum Beispiel funktioniert nicht als 18-Jähriger, glaube ich. Das ist so eine Serie, die ist eher für Erwachsene, würde ich sagen. Also wenn man ein bisschen was erlebt hat. Aber King of Queens, auch durch die Physical Comedy, dieser tolle Cast. Also alles unter 8,5 ist Quatsch. Ah, okay, danke. Nee, sorry, du hast gerade 1,2 gesagt. Duck and Carry. Alles unter 8 ist Quatsch. Es muss auf jeden Fall über 8 sein. Okay, damit kann ich leben. Duck and Carry, Duck and Carry, Duck and Carry, Duck and Carry. Das war der Grund, warum ich angefangen habe, Gitarre zu hören. Ja, weil wenn das schon zählt, als spielen können, dann ist gut. Ja, liebe Leute, ihr habt's gesehen. Immer noch Fans, damals gewesen, heute noch gewesen und wird sich wahrscheinlich in diesem Leben auch nicht mehr ändern. Habt ihr es damals gesehen? Dann unbedingt noch mal gucken. Habt ihr es noch nicht gesehen? Es lohnt sich auch jetzt, das neu anzufangen. Also das ist eine Sendung, da kann man auch jetzt als Erwachsener mit anfangen. Manu, danke, dass du wieder im Studio warst. Ja, vielen Dank. Dass ich über so eine tolle Serie mit dir spreche. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Und ihr dürft mal gerne in die Kommentare posten. Lieblingscharakter. Jetzt mal abgesehen von Duck, was ist euer Lieblingscharakter? Bin mal gespannt. Postet aber auch kurz, warum. Würde ich echt mal gerne wissen. Ja, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder auf SeanDavidTV. Ciao. Hallo Filmfans, ich bin die Jazz-Produzentin von SeanDavidTV. Wenn ihr das Video mochtet, lasst doch sehr gerne euer Like da oder abonniert den Kanal. Und wenn ihr uns noch mehr unterstützen wollt, dann geht das über Patreon. Einfach auf den unteren Link klicken, denn dafür bekommt ihr für einen kleinen Betrag exklusive Podcasts, in denen ihr namentlich genannt werden könnt und eure Fragen stellen könnt, die wir für euch beantworten. Das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann.